Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen TechnikVault hier im Video. Wir machen direkt weiter mit dem neuen Honor 9 Lite. Diesmal richten wir das Gerät ein. Nano-SIM-Karte liegt parat. Wir durchlaufen den Einrichtungsprozess. Gucken, wie viel von unseren 32 GB Speicherplatz steht noch zur Verfügung. Welche Apps sind vorinstalliert. Das Gerät kommt hier direkt mit Android 8 und Emotion UI 8. Dann gucken wir rum. Erster Eindruck, Kameras. Da habe ich ja schon was beim Unboxing zu gesagt. Aber Fingerabdrucksensor, Display gucken wir uns mal ein bisschen näher an. So, erster Eindruck einfach mal. Ich bin gerade hingegangen und habe das Gerät einmal nochmal auf Hochglanz poliert. Bedeutet, hier ist jetzt kein einziger Fingerabdruck drauf. Und wenn wir gleich fertig sind, dann gucken wir mal, wie die Rückseite dann bei normaler Benutzung aussieht. Wir haben den SIM-Karten-Slot auf der linken Seite oben. In der Packung liegt ja hier dieses lustig geformte SIM-Karten-Tool bei. Einmal reinpiksen, rausziehen und dann haben wir hier den Kombi-Slot. Und zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Nano-SIM-Karte. Chip nach unten und Ecke ist dann rechts unten. Und dann schieben wir das Ganze so wieder rein. Und jetzt drücken wir den In- und Ausschalter auf der rechten Seite. Drücken, 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 immer noch drücken. Jetzt hat das Gerät vibriert und es schaltet sich ein. Und ihr seht es, wir haben dieses typische Honor-Blau, aus dem er aus der Verpackung ist. Wobei das hier doch nochmal blauer aussieht. Und beim Display fällt dann doch schon auf, so ein leichtes, je nachdem. Also wir haben ja hier ein Gerät, das 230 Euro kostet. Da kann ich jetzt nicht ein High-End-Display erwarten. Aber ihr seht es natürlich so von den Blickwinkeln. Das kippt hier und da doch schon mal was. Da bin ich auch sehr gespannt, wenn man das Gerät mit anderen Konzerngeräten mal vergleicht. Also Honor 7X oder sowas. Wo sich da das Honor 9 Lite bewegt. So, dann erster Schritt, Sprache auswählen. Deutsch, Deutschland passt. Wir drücken auf Weiter, den AGB zustimmen. Gefällt mir sehr gut, dass das direkt am Anfang kommt. Nicht dann irgendwann später. Und wenn man da aus Versehen nicht zustimmt, weil ihr müsst zustimmen. Sonst könnt ihr das Gerät nicht nutzen. Dann war das Ganze für die Katz. Jetzt könnt ihr hier auswählen, ob ihr den Wifi-Plus-Service oder den Wetterservice nutzen wollt. Ja oder nein. Können ganz individuell sein. Im nächsten Sprit verbinden wir uns dann mit einem WLAN, wenn ihr das denn wollt. Man kann es auch überspringen und dann mit den mobilen Daten einrichten. Ich bin aber zu Hause, bedeutet ich wähle meinen WLAN aus. Und, na wo ist denn gerade hin? Da unten hin. Wähle meinen WLAN aus, gebe mein Passwort ein. Habe dann gemerkt, dass hier auch wieder Swift-Gee zum Einsatz kommt. Und dass der Vibrationsmotor von den Dingen, na was sollen wir sagen? Ein bisschen träge an, also rüberkommt. Das ist definitiv was, was ich wahrscheinlich direkt deaktivieren werde. Dass das Ding beim Tippen jedes Mal vibriert. Er sucht einmal nach Updates. Das sollte hier auf dem Pressegerät noch, da sollte noch nichts zur Verfügung stehen. Und dann kommt die Frage nach dem Google-Konto. Bedeutet einmal mit der Google-E-Mail-Adresse einloggen und euer Google-Passwort eingeben. Dann kommt die Frage nach den Google-Diensten. Da kann man auch wieder individuell hingehen und einzeln aktivieren oder deaktivieren. Und ich kann schon mal so viel sagen. Den Vibrationsmotor beim Tippen werde ich definitiv ausschalten. Das war gerade bei der erneuten Passwort-Eingabe. Also da vibriert das ganze Ding. Da merkt man halt die, was sollen wir sagen, durch das Glas leichtere Bauweise, als ich sag mal so, wenn Sie es mit Aluminium bauen. Also das Ding vibriert schon kräftig in der Hand. Schützen Sie Ihr Gerät, Bildschirmsperrstil festlegen? Ja, will ich, denn den muss ich auf jeden Fall festlegen, wenn ich den Fingerabdrucksensor nutzen möchte. Da brauche ich nämlich dann noch eine zweite, also eine Alternative, falls Fingerabdruck gerade nicht geht. Habe ich die Auswahl zwischen Muster, PIN oder Passwort? Ich nehme standardmäßig meinen Spezial-PIN zweimal eingeben zur Bespätigung, damit man ihn auch richtig eingegeben hat. Jetzt kommt die Frage, möchte ich Daten noch von einem anderen Gerät kopieren? iPhone, Android-Gerät oder aus der Cloud? Ich sage Nein, als neues Gerät einrichten, denn ich will ja sehen, wie viel freien Speicherplatz habe ich. Dann kriege ich noch das Angebot, mich mit einer Huawei-ID anzumelden oder zu registrieren, um halt spezielle Huawei-Dienste zu nutzen. Will ich gerade nicht, kann man später immer noch machen. Ich überspringe das Ganze. Und auch hier, das eben war, ich glaube, der Service von Google. Jetzt kommt hier nochmal eine Software von Huawei oder Huawei, die dann sagen, wir können dir auch nochmal helfen, Daten von einer Cloud oder von einem anderen Gerät auf dieses jetzt hier rüber zu transferieren. Will ich aber auch nicht. Das heißt, hier nochmal überspringen. Und als drittes kriege ich dann auch noch das Angebot, die Huawei Cloud zu nutzen. Aber brauche ich jetzt auch nicht. Deswegen sage ich Nö. Und jetzt kommen wir zum Fingerabdrucksensor. So, da geht es weiter. Entsperren des Bildschirms. Ja, will ich alles machen? Will ich alles nutzen? Einmal PIN, Muster oder Passwort eingeben. Das, was wir eben eingerichtet haben. Und jetzt auf der Rückseite. Finger drauflegen. Das Gerät vibriert ganz leicht. Ach, guck an! Und jetzt, wenn ihr die Vibration spürt, dann bewegt ihr den Finger. Und also, damit ihr auch die Ränder einscannt, die Spitze vom Finger. Einfach den Anweisungen folgen. Und was ich sagen wollte mit, guck an, jetzt vibriert der Vibrationsmotor, der hier drin verbaut ist. Ganz dezent. Das ist was. Warum macht ihr das nicht beim Tippen auch noch? Sehr schön. So, okay, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt, leider fehlt hier die Option, dass ich hier noch einen weiteren Finger einscannen kann. Wie war das? Wenn ich hier einmal Abbrechen mache, komme ich zurück? Nein, schade. Hätte ich vorher einmal nochmal zurück müssen, gemusst, dann hätte ich einfach nochmal einen weiteren Finger einscannen können. Dann hätte direkt mit dem nächsten Finger auch geklappt. Die Frage nach dem... Ach, hier unten kann ich nochmal zurück machen. Machen wir das doch mal. Ach nee, ich komme leider nicht nochmal komplett zurück. Schade. Also, wenn wir einen weiteren Finger einscannen wollen, dann später nochmal in den Einstellungen. Jetzt die Frage nach dem Google-Assistenten. Wenn ihr den nutzen wollt, könnt ihr den hier aktivieren und ja, auch den Standortverlauf. Und dann jetzt die berühmten Aktivierungsworte, die ich jetzt mal vorsprüle. Dann stimmen wir natürlich, wenn man den Google-Assistenten trotzdem nutzen will. Kann man hier noch die Infos anzeigen lassen, ja oder nein? Und dann sind wir jetzt erstmal durch. Dann tauchen erstmal die ersten E-Mails auf. Aber bevor der jetzt anfängt, irgendwelche Updates zu ziehen, gucken wir einmal in die Einstellung. Speicher. Und da sehen wir jetzt Gesamtspeicher. 32 GB. Davon frei sind 22,78. Also, gute 9 GB sind schon in Beschlag genommen worden. Von der Firmware sind es 6,77. Schon mal deutlich weniger, als ich das jetzt von vergleichbaren Geräten noch mit Android 7 und Emotion UI 5.1 sehe. So, und ansonsten sehen wir hier noch Apps. 752 MB sind belegt. Bedeutet, wenn ich die auch noch runterschmeiße, dann habe ich hier im Auslieferungszusatz dann doch noch so gute, na, erst 8,5 GB weg. Es wird besser. Ich motze ja schon seit Ewigkeiten darüber, dass die immer weniger Speicherplatz auf den Geräten zur Verfügung steht. Aber das kommt mal nett rüber. Dann lasst doch mal gucken, was wir installiert haben. Natürlich wieder die Standard-Google-Apps. Okay, einmal alles. Und dann haben wir ein Telefonmanager, Design, Videos, Health, also so Huawei-eigenes Zeug. Nochmal ein paar Werkzeuge. Highcare, Kompass, Taschenlampe ist mit drauf. Okay. Und wir haben Spiele. Spider-Man, also hier wieder mit Game Mona oder wie die heißen, wahrscheinlich eine Kooperation. Kann man aber alles löschen. Und so als Top-Apps, ne, geht mal weg. Als Top-Apps haben wir Instagram, Booking und Ebay, die sich vielleicht eingekauft haben, plus Facebook. Aber kann man jemals sowieso anpassen, wie man möchte. So, dann haben wir hier vorne natürlich jetzt die Google-Karte. Und ich starte mal ganz kurz einmal aus. Fingerabdrucksensor. Wow, das war jetzt aber fix. Also, das war jetzt hier gerade mit draufdrücken. Fingerabdrucksensor funktioniert normal schnell. Oder was kennen von den Fingerabdruckscannern? Und Blickwinkel, ihr seht es. Das ist, je nachdem, wie man dann von der Seite drauf guckt. Ich mache mal Autohelligkeit aus und drehe mal voll auf. Kamera dunkelt ab. Ich muss aber sagen, Helligkeit passt. Und wenn man gerade drauf guckt und so im normalen Bewegungsradius, also hier in diesem Modus, das geht alles. Sag ich jetzt mal, da kippt nichts. Das ist okay. Wenn ich aber dann von der Seite gehe, ja, es baut ein bisschen ab. Aber ich sage auch, das ist was, das hält sich in Grenzen. Und gerade bei einem Gerät mit 230 Euro passt eigentlich. Also da möchte ich jetzt gerade, gut, ich muss natürlich die Frage erstmal im Alltagseinsatz. Wie hell ist das? Wie sieht es aus? Und jetzt kommt nochmal SwiftKey. Und nein, SwiftKey wird direkt am Anfang durch Gboard ersetzt werden. Haben wir einmal das. Werfen wir einen Blick auf die Kamera. Und da mal die Einführung. Ja, GPS darf zugreifen. Lasse ich auch in den System Zugriff zu. Und jetzt haben wir einmal die normale Kamera. Die 13 Megapixel auf der Rückseite. Ja, fokussieren dauert hier und da was. Und dann haben wir ja hier das Besondere wieder. Wir haben einen Porträtmodus. Wir haben diesen Tiefenmodus, den wir hier und da aktivieren können. Okay, das passt alles. Nein, stopp, nochmal zurück. Ich wollte auch in die Einstellung. Beziehungsweise erstmal Double Tap auf Leiser, um dieses super Foto Feature auszulösen. Wo ich persönlich immer sage, die werden diese Fußschnellfotos, wird in der Regel nie was. Deswegen gehe ich immerhin in den Einstellungen. Ach, wir haben es noch nicht entsperrt. Okay, einmal entsperren. So, jetzt die Kamera starten und wenn wir jetzt in die Einstellung gehen, haben wir auch ein bisschen mehr. Einmal bei der Auflösung. Moment. Wieso? Ach so, weil er jetzt im Porträtmodus aktiviert war. Genau, interessant. Guckt mal an. Normale Auflösung, 13 Megapixel. 4 zu 3 Format. Wenn ich aber in den Porträtmodus gehe, da geht der hin und macht nur 8 Megapixel Fotos. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Interessant, interessant. Also, da frage ich mich aber wieso. Dann gucken wir mal weiter. Oder nimmt er diese. Ah, lasst mal ganz kurz gucken. Das ist jetzt ja 4 zu 3. Das sehen wir auch im Vorschaufenster. Wenn ich jetzt in den Porträtmodus gehe, sieht das auch immer noch 4 zu 3 aus. Ne, konnte ich mir jetzt gar nicht erklären. Weil ansonsten haben wir ja oft die Sache, wenn wir dann auf 16 oder in diesem Fall 18 zu 9 gehen, dann schraubt er es halt runter. Weil halt anderes Seitenformat. Wir gucken nochmal rein. Kamera lächeln und 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 und. Und da haben wir Funktion der Leiser-Taste. Leiser-Taste doppelt drücken, um ein Foto zu machen. Nein, das ist Murks. Damit starte ich lieber die Kamera-App. Und jetzt wechseln wir auf die Vorderseiten-Kamera. Gehen da in die Einstellung und sehen auch hier wieder 13 Megapixel. Und wenn ich, hä? Guck mal einer an. Da war die Porträt. Jetzt Porträt deaktiviert. 13 Megapixel. Porträtmodus aktiviert. Auch noch 13 Megapixel. Wieso ist das denn auf der Vorderseite möglich und hinten, ach jetzt mit Bouquet aktivieren? Immer noch 13 Megapixel. Sehr irritierend. Also da muss ich die Tage aber echt mal ein Auge drauf halten, weil das ist was. Was ich aber schon mal sagen kann, dass der, ne, spiegeln ein, dass der Porträtmodus mit der Frontkamera nach wie vor, auch hier wieder, einfach mal drauf gehalten. Das sieht echt wirklich brauchbar aus. Nett, nett, nett. Gut, hier war gerade wieder die Bildverschönerung noch mal aktiviert auf Stufe 5. Aber erster Eindruck, passt. So, und wer sich jetzt noch nach den Videoauflösungen fragt, einmal Sekunde, wir schmeißen mal Video an. Videoauflösung Full HD. Und auch mit der Rückseiten-Kamera, da ist nach wie vor, ist genau das gleiche in grün. Full HD-Auflösung für die Videos. Aber auch ganz brauchbar. Und was ich auch sagen kann, weil ich schon in die C-Live-Aufnahmen reingehört habe, die Mikrofon-, also die Audioaufnahmequalität kommt auch bisher sehr positiv rüber. So, und ansonsten, Performance, ich freue mich gerade, also gerade mit Android 8 hier drauf und beziehungsweise mit Emotion UI 8. Das ist was, wo man dann zwischen Kamera, nicht mehr dieses lästige Drehen, diese Bugs, die wir seit zwei Jahren bei Huawei oder bei Honor-Geräten auch haben, weil die sich natürlich die Software teilen. Da dreht sich jetzt nichts mehr, das wirkt deutlich schneller. Daumen rauf. So, apropos Daumen, Fingerabdruckscanner hatten wir schon mal. Software haben wir uns angeguckt. Display müssen wir noch gucken. Und nach wie vor der erste Eindruck bleibt auf jeden Fall positiv. Und gerade wenn ich hier wieder diesen Preis mit 230 Euro im Kopf habe, passt. Also da mag ich nicht motzen. Und jetzt halt das Einzige, aber das weiß man, wenn man eine Glasrückseite hat, wenn man dann auch noch in die dunkleren Farben geht. Ihr seht es, wie das hier mit den Fingerabdrücken aussieht. Und das ist wieder was, da putzt man schön, wobei ich sagen muss, sagen wir mal zum Vergleich zu einem HTC U11 Live oder anderen HTC Geräten mit gerade die blauen Geräte davon, da wirken die Fingerabdrücke nochmal krasser. Aber auch hier ist es ja dann doch wirklich so, dass man da permanent, auch wenn, lasst mal kurz gucken, zweimal rüber gerubbelt. Ja, doch, die Fingerabdrücke gehen wenigstens schnell rüber. Also wenn man da mal schnell am Pulli oder mit einem Tuch rüber geht, dann sind die halt schnell weg. Aber ihr habt es ja auch gesehen, die sind auch wieder schnell da. Ja, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein mit dem neuen Honor 9 Lite. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.